sich mit ihm zu beschäftigen jetzt geht er wieder ab was macht jason williams jetzt spielt er sich in die herzen der fans hier jason williams ja er ist jetzt hier der liebling aller williams von den sacramento kings ja was die spektakuläre spielweise betrifft ist er uneingeschränkt die nummer eins hier da zack schön auf den ellbogen geklingt das ding hier noch mal hinterm rücken an den ellbogen klasse jason williams